Zuhause gegen Frankfurt. Geht das schon wieder los. Der Ball ist im Aus. Lassen Sie uns virtuell, liebe Zuschauer, unterstreichen, dass unsere Einschätzung beim ersten Tor richtig war. Achtung, weil es so schräg ging. Beim Kopfschuss von Kamoranis ist Kakao nicht im Achseis. Also alles okay. Klappe hatten wir ab oben. Wir sehen die vier.